Die Workstation hier ist perfekt für kleine Bastler. Sie hat alles was eine echte Werkbank auch hat. Sie hat die entsprechenden Werkzeuge dabei, einen Schraubendreher, einen Schraubenschlüssel, einen Hammer, eine Säge, ein rechter Winkel, hier oben ist noch eine Zange und ein verstellbarer Schlüssel und es ist sogar ein funktionierender Akkuschrauber mit dabei. Zudem sind viele Einzelteile, an denen man auch selbst rumschrauben kann, zum Beispiel hier die Bretter, die können miteinander schrauben werden, man kann in die Arbeitsplatte Schrauben eindrehen, man hat auch die Möglichkeit diese Leder hier abzuschrauben, also es ist an jeder Stelle immer was zu tun. Hier fehlt auch der Motor nicht, der ist das Herzstück der Werkbank, der ist beleuchtet, der macht auch Geräusche, so wie man sich das in einer echten Werkstatt vorstellt. Neben den Werkstatt Werkzeugen sind natürlich auch viele Schrauben und Muttern enthalten, weil der kleine Handwerker braucht ja was zum Schrauben. Alle Einzelteile lassen sich super in der Werkstatt verstauen, so ist auch schnell wieder aufgeräumt.